Herzlich Willkommen zu diesem Video zum Thema Sichtenkonzepte. Ich möchte jetzt anhand von ein paar Folien erstens darstellen, wie Sie Ihre Architekturentwurfe dokumentieren können und was dabei wichtig ist. Es geht aber auch um eine Art Reihenfolge der Entstehung und die Sachen, um die Sie sich kümmern müssen. Also was sind so Themen, die Sie bedenken müssen? Und zu jedem Thema gibt es eigentlich auch eine Architektursicht. Aber dazu jetzt mehr in diesem Video. Was Sie hier auf der Folie sehen, sind zwei Architektursichten des Rosenheimer Beitrags zum Soda Decathlon in 2010. Sie haben hier so eine Darstellung, die mal so die Holzkonstruktion zeigt und zeigt, wie das Haus intern strukturiert ist. Und Sie haben eine zweite Darstellung, die habe ich von meinem Kollegen Grödel entwendet, die so ein bisschen die Heizungsstruktur oder dieses ganze Wärmemanagement von dem Haus darstellt. Sie sehen, beide Grafiken stellen das Haus dar, zeigen aber natürlich verschiedenste Aspekte und sie richten sich an verschiedene Experten. Das eine vielleicht an jemanden, der Holzkonstruktionen macht, vielleicht an Architekten. Das zweite sicherlich an jemanden, der Anlagen aufbauen kann, also den Heizungsbauer beispielsweise oder den Elektriker, der die Stromlaufpläne darstellen kann. Also dieses Thema verschiedene Ansichten des selben Gebäudes, das kennen Sie aus der Architektur von Häusern sehr gut. Und es gibt da sozusagen für jedes Thema eine eigene Sicht. Stromlaufpläne, Pläne der Heizungsanlage, Pläne für den Statiker und so weiter. Und Sie sehen in jeder Sicht einen eigenen Aspekt. Statik, Stromlaufpläne und so weiter. Und natürlich haben Sie verschiedene Interessengruppen, die sich für verschiedene Sichten interessieren. Und jede Interessengruppe spricht auch eine andere Fachsprache. Der Elektriker will andere Pläne sehen und er hat andere Symbole in der Verwendung, wie der Heizungsmonteur. Und der hat wieder andere Pläne und Symbole zur Verfügung, wie der, der die Kacheln im Badezimmer an die Wand macht. Und dafür gibt es dann verschiedene Ausdrucksmittel, verschiedene Zeichnungstypen. Und eigentlich versuchen wir jetzt diese Idee auf das Thema Softwarearchitektur zu übertragen. Eine ganz bekannte Übertragung dieses Konzeptes der verschiedenen Sichten stammt von Philippe Kruchten. Das 4 plus 1 Sichtmodell von ihm. Und das war mal sehr populär im Bereich des Rational Unified Process. Ich habe jetzt in letzter Zeit weniger darüber gelesen, was jetzt wieder gut noch schlecht ist. Also was schlägt Herr Kruchten vor? Herr Kruchten schlägt so, das ist dieses plus 1, erstmal eine Menge von exemplarischen, wichtigen Use Cases vor, wo man so ein bisschen sieht, wie hängt das Gesamtsystem zusammen. Und dann schlägt er Einzelsichten vor, eine logische Sicht. Das heißt, er teilt da die funktionalen Anforderungen in logische Komponenten auf und er zeigt dort wichtige Subsysteme. Wenn Sie das Video von meinem Top-Down-Entwurf angeschaut haben, in dieser logischen Sicht, werden jetzt so meine fachlichen Subsysteme zum Beispiel von meinem Ski-Materialverleih oder der Skiplanung enthalten. Dann gibt es Implementierungssicht. Sie müssen irgendwann diese logischen Komponenten, die Sie sich überlegt haben, in Code darstellen. Das heißt, Sie müssen Quelltext organisieren, in Dateien, Verzeichnisse, Namespaces, Packages oder im Bildsystem. Das ist für eine kurze Implementierungssicht. Dann schlägt er weiter vor, noch eine Deploymentsicht. Das ist auch eine ganz wichtige Sicht. Wie verteilt sich Ihre Hardware in Netzwerken? Also wie sind die Hardware-Komponenten im Netzwerk verbunden? Das können Sie meistens als gegeben hinnehmen. Und wie deployen Sie Ihre Software auf die gegebene Hardware auf Software und Netzwerkinfrastruktur? Und er schlägt auch eine Prozesssicht vor, wo man Themen wie Nebenläufigkeit, verschiedene Prozesse darstellen kann. Also vielleicht beim eingebetteten System wichtiger als bei dem betrieblichen Informationssystem. Also wie ist die gesamte Rechenleistung aufgeteilt auf verschiedene Prozesse und Threads? Das habe ich jetzt seltener bei betrieblichen Informationssystemen oder datenintensiven Systemen gesehen, weil das häufig implizit klar ist, dass zum Beispiel jede Transaktion innerhalb eines eigenen Threads ausgeführt wird. Was kann man, wie kann man das modellieren? Das vielleicht nur als kleines Beispiel. Sie haben die logische Sicht als Klassendiagramm. Die UML 2.5 hat jetzt sehr viel nachgelegt, schon Mitte der 2000er Jahre. Was so die Architektur-Darstellung angeht, da können Sie zum Beispiel Komponenten oder auch ein Kompositionsstrukturdiagramm verwenden. Das ist eine grobe schematische Sicht, aus welchen Teilen besteht das System. Die Implementierungssicht, da nehmen Sie Sachen, die Sie schon kennen, Paketdiagramm zum Beispiel. Da können Sie die Packages oder Namespaces auf Pakete im Paketdiagramm abbilden. Und die Klassen Ihrer Implementierung, wenn Sie eine objektorientierte Sprache verwenden, auf Klassendiagramme. Vielleicht können Sie da die wichtigsten Entitäten oder die wichtigsten Klassen Ihrer Implementierung darstellen. Für die Deployment-Sicht gibt es ein eigenes Diagramm, das ist das UML-Verteilungsdiagramm. Das zeige ich nachher auch noch im Verlauf des Foliensatzes. Für die Prozesssicht selber habe ich jetzt kein geeignetes Diagramm gefunden. Kann sein, dass inzwischen eines erfunden wurde. Aber Sie haben ja die Möglichkeit, über UML sogenannte Profile UML anzupassen an Ihre persönlichen Bedürfnisse. Und da könnte man auch eine UML-Diagrammart machen, wo Symbole für Threads, Prozesse, für Themen wie Deadlocks oder wie Übertragungslatenzen. Also so Timingverhalten und so weiter. Da gibt es natürlich spezielle Modationsformen. Aber dass man da vielleicht sich nochmal so ein eigenes UML-Profil herstellt. Und das war mal die Sicht vom Kruchten. Als zweites Beispiel möchte ich Ihnen die Sicht von Herrn Siedersleben zeigen. Die stammt von der S&M AG unter Überschrift Quasar. Es gibt immer noch wieder Veröffentlichungen, wo Quasar noch vorkommt. Und der Herr Siedersleben hat damals unterschieden oder die S&M AG hat damals unterschieden zwischen einer Verteilungsarchitektur. Die hieß dort TI-Architektur oder Technische Infrastruktur. Das entspricht der Deployment-Sicht eigentlich im Wesentlichen vom Kruchten. Es gibt so etwas wie eine fachliche Sicht. Das ist die A-Architektur. Die ist verwandt, aber nicht identisch mit dem, was Herr Kruchten sagt. Wenn diese logische Sicht von Kruchten eher so eine Aufteilung auf sinnvolle Teile ist, ist die A-Architektur etwas Spezielles bei S&M gewesen. Und zwar geht es jetzt hier bei der A-Sicht wirklich um fachliche Subsysteme. Also Kunde-Konto-Vertrag, aber nicht um XML-Serialisierung. Also in der Kruchten-Logischen Sicht können Sie vielleicht auch eine XML-Serialisierung durchaus mit reinmalen in die logische Sicht. In der A-Architektur dürfen wirklich nur Fachkomponenten drin vorkommen. Also Kunde-Konto-Vertrag, Versicherungsschein und so weiter. Ganz spannende Sicht, finde ich, ist die T-Architektur. Halte ich für sehr sinnvoll, auch um so ein bisschen zu verstehen, wie Frameworks funktionieren und auch als Lesehilfe für Ihren Source-Code. Man könnte das mit etwas Fantasie auch als Laufzeitsicht interpretieren, weil ich an der T-Architektur sehe, wie wird ein Request über die verschiedenen Architekturschichten zur Laufzeit verarbeitet? Also was passiert, wenn ich irgendwo Knopf drücke in der GUI bis zum Datenbankzugriff? Und wie tickert das Ganze wieder hoch, bis die Datenbankantwort wieder beim Client gelandet ist? Also das wird sozusagen die T-Architektur. Und da kann man natürlich noch weitere Sichten mit reinbauen. Aber so meine Beispiele sind eigentlich meistens so diese eher laufzeitgebrigten Dinge. Also das war mal das Siedersleben-Konzept oder das Quasar-Konzept ist auch veröffentlicht worden. Ich habe da unten auch die Literaturquelle Moderne Software-Architektur von Johannes Siedersleben aus 2004. So, bevor wir jetzt anfangen, wirklich im großen Stil Architektur Grafiken zu erzeugen oder auch Prosa-Texte zu schreiben, ist vielleicht noch mal eine Frage, wie malen wir das jetzt hin? Und das muss man vielleicht auch noch mal deutlich ausdiskutieren. Sie haben ja im Wesentlichen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Einmal, sie nehmen sozusagen unseren Branchenstandard, wenn man so will. Also das heißt, sie nehmen die UML 2.5.1 ist man glaube ich jetzt gerade die Nummerierung. Das ist ein Standard, wird gepflegt von der Object Management Group. Ist jetzt seit Jahren nicht viel passiert, soweit ich das wahrgenommen habe. Also der letzte große Knall war im Jahr 2005 mit der UML 2.0. Und dort wurden verschiedenste Architektur-Diagramm-Arten auch ergänzt. Zum Beispiel ein sauberes Verteilungsdiagramm. Das wurde so ein bisschen geschärft und ein Komponenten-Diagramm wurde ergänzt. Also kann man UML verwenden. Das ist, wenn Sie die Grafik jetzt anschauen, das ist so ein UML-Diagramm für Verteilung. Das ist von der Grafik her ein bisschen sperrig. Es ist schwer zu zeichnen. Natürlich mit dem Werkzeug ist das relativ egal, weil dann nehmen Sie aus der Symbolbibliothek einfach ein Symbol. Aber wenn Sie jetzt mit drei Typen um ein Whiteboard herum stehen, jeder hat einen Stift in der Hand, ist es schwierig aufzuzeichnen. Deswegen sind in solchen Fällen, wenn Sie also mit einer kleinen Menschengruppe zusammen sind und brainstormen müssen, also nicht Sie alleine vorm Rechner mit Ihrem Maltool, sondern ein Haufen Leute vorm Flipchart oder Whiteboard ist UML eigentlich ungünstig in der Erstellung. Und da nehmen Sie besser eine selbst gestrickte Notation her, weil Sie da schneller auch mal ein neues Symbol erfinden können, wenn Sie irgendeinen besonderen Sachverhalt visualisieren wollen. Und Sie haben es schneller gezeichnet und auch schneller wieder verändert. Das sehen Sie jetzt hier so ein bisschen als Gegensatz ein UML-Verteilungsdiagramm. Und hier sehen Sie ein Verteilungsdiagramm in selbst ausgedachter Notation mit ein paar mehr Informationen dran. Also am Flipchart in der täglichen Arbeit würde ich empfehlen, tatsächlich irgendeine selbst ausgedachte Notation zu verwenden. Allerdings natürlich dazu zu schreiben, was welches Symbol bedeutet. Das ist jetzt hier, das fehlt auf der Grafik noch. Also was ist ein Strich? Was ist ein Kasten? Und was man machen kann, um das nachher für den Kunden oder für die Dokumentation zu erfassen. Man kann es dann immer noch in UML nachmodellieren mit einem Malwerkzeug oder mit Plant-UML. Das heißt, da haben wir auch schöne Möglichkeiten, mit Plant-UML die Sachen auch so aufzumalen oder so zu spezifizieren, dass wir es ins Wiki tun können und wir können sogar die Plant-UML-Dateien mit unserem Source-Code zusammen Versions verwalten, was auch nochmal einen großen Vorteil hat. Und sogar generieren aus dem Source-Code, wenn Sie Tools von Simon Brown verwenden. Also im Zweifelsfall erstmal Flipchart, taugliche Notation selbst ausgedacht und später für die Dokumentation bietet sich UML an. Weil wir sind Ingenieure, dann sollten wir auch ingenieurmäßige Notation verwenden. Jetzt kann man sichten, Konzepte gibt es wie Sand am Meer. Ich habe Ihnen zwei Beispiele vorgestellt. Was machen wir jetzt in dieser Vorlesung? Oder was halte ich persönlich für sinnvoll? Also, was Sie brauchen, ist eine Kontext-Sicht. Das ist Ihr System in der Mitte und Nutzergruppen und Nachbarsysteme drumherum. Oder das sogenannte Umgebungsdiagramm, das haben wir schon gezeichnet. Wozu brauche ich das? Ich muss sagen, was ist in meinem System, was ist außen? Also innen und außen, Kontextabgrenzung oder Scoping, wenn man so will. Und ich habe Ihnen schon vorgeführt im letzten Video, dass ich daran auch Risiken und sowas sehen kann. Und ich kann es als Planungsgrundlage verwenden. Also Kontext ist auch das erste Diagramm, was in Ihrem System überhaupt entsteht. Weil Sie sagen, wie ist das System in seiner Umgebung? Was man dann machen kann, ist, wenn Sie mit ein paar Leuten in der ersten Projektphase am Whiteboard mit dem Stiftchen sagen, Sie versuchen das Problem mal grob in Teilprobleme zu zerlegen, also diesen Teil- und Herrscheransatz zu machen. Kann man so ein bisschen das System in seine Einzelteile zerlegen. Man könnte jetzt sagen, es ist so ein bisschen Architektur, wenn es ein betriebliches Informationssystem ist. In meiner Promotion habe ich das ganze logische Architektur getauft. Es geht hier um eine Partitionierung des Systems in Teile. Man könnte diese Teile Subsysteme nennen, also eigentlich fast autonome Teilsysteme. Und was ich damit machen will, ist, ich will die Arbeit daran aufteilen. Also wir sagen, Subsystem 1 baut Müller, Subsystem 2 baut Meier. Und die Sachen sollten möglichst unabhängig voneinander sein, sodass Müller und Meier unabhängig voneinander arbeiten können. Dann können Sie die Struktur des Systems in der Hand von Schichten oder von der Framework-Nutzung darstellen. Also das ist so diese T-Architektur-Sicht oder man könnte sagen Laufzeit-Sicht. Also welche Frameworks sind drin verbaut? Wie geht ein Request durch das Framework durch? Welche Schichten haben wir drin? Also welche technischen Schichten, sowas wie Daten- und Zugriffsschicht oder wie Service-Schicht werden darin enthalten? Und wie wird da ein Request drin verarbeitet? Sowas kann man darstellen. Das war diese T-Architektur, die ich sehr mag, von der SC&M AG. Dann kann man die Verteilung darstellen. Auf die können Sie nicht verzichten, auch nicht beim Cloud Computing. Denn Sie müssen ja schon sagen, welche ausführbaren Einheiten haben Sie in Ihrem System und wie reden diese ausführbaren Einheiten miteinander. Ob diese Einheiten JAR-Dateien sind oder Docker-Container oder virtuelle Maschinen oder einfach nur Brocken-Software, die auf eine virtuelle Maschine oder auf ein Tensorflow deployed werden. Also auch ein vortrainiertes Netzwerk kann eine Komponente sein, die Sie auf ein Tensorflow deployen. Also sowas kann ja auch Verteilung sein. Und sowas müssen Sie natürlich auch darstellen als Verteilungssicht. Also wie verteilt sich Ihr System auf ein zugrunde liegendes Netzwerk und auf Hardware-Software-Infrastruktur? Und dann gibt es natürlich noch die Implementierungssicht. Und die Implementierungssicht stellt dar, wie ist Ihr Code strukturiert? Welche Packages haben Sie? Welche Namespaces haben Sie? Und wie wird das Ganze gebündelt im Rahmen eines Bildsystems? Also das heißt, was schreiben Sie in Ihre Gradle- oder Maven-Datei rein? Welche Brocken von der Software zusammengefasst werden zu einem Assembly, das Sie ausliefern, oder zu einer JAR-Datei, die Sie dann deployen, zum Beispiel in ein Docker-Image? Also haben wir insgesamt fünf Sichten oder fünf Teile, über die Sie nachdenken sollten in meinen Augen. Und die gucken wir uns jetzt als Diagramme mal im Detail an. Hier sehen Sie ein Beispiel für ein Umgebungsdiagramm. Das ist sozusagen mit einer Stift- und Kasten- und Pfeile-Notation dargestellt. Sie sehen das System in der Mitte als runden Knubbeln und dann drumherum so eine Art Datenfluss-Diagramm-Notation. Sie haben hier Nachbarsysteme und Sie haben hier eine Nutzergruppe. Und das sind so die Sachverhalte, die man braucht, um erstmal den Kontext des Systems zu verstehen. Da habe ich ein Nachbarsystem oder zehn. Und dann können Sie auch einen Plan machen, weil Sie dann mit dem Besitzer des MBK-Systems, was auch immer das ist, reden können, um dann die Schnittstelle zu verhandeln. Also Input für Ihre Planung, Kontextabgrenzung, Kostenschätzung, Basis und so weiter. Im nächsten Schritt fangen Sie dann an, das System fachlich zu zerlegen. Das habe ich Ihnen schon vorgeführt. Das war dieser Top-Down-Ansatz. Das heißt, man könnte da die sogenannte A-Architektur spezifizieren. Hier ist so ein, dieses untere informelle Diagramm ist so ein Beispiel für so eine A-Architektur. Ich habe zum Beispiel mal ein tolles Projektvorschlagssystem. Und da habe ich so ein Subsystem Partner, wo ich Partnerdaten verwalte. Ich habe ein System, wo ich die Projekte verwalte. Und ich habe ein Teilsystem, wo ich die Studierenden verwalte. Also Projektpartner und Vertragsverwaltung wären fachliche Subsysteme. Und sowas habe ich ja schon im letzten Vortrag dargestellt, wie man das darstellen oder wie man es finden kann. Und darstellen können Sie es jetzt als einfaches Kästen- und Falte-Diagramm. Es bietet sich auch ein UML-Komponenten-Diagramm an. Da habe ich jetzt leider kein Beispiel dafür da. So, und hier nochmal vielleicht so ganz informell als Kringel in einem logischen Dart-Modell dargestellt. Auch sowas wäre eine erste einfache Darstellung von der fachlichen Struktur, von der fachlichen Subsystembildung Ihres Systems. Was man jetzt machen kann, ist, dass man in dieses System reinzoomt. Das war ja in den ersten beiden Beispielen auch schon der Fall. Und nochmal ein paar mehr Details darstellt, dass wir sozusagen die logische Struktur sehen. Das ist jetzt quasi die fachliche Infrastruktur, also Partnerprojekt, Studierendenvertrag noch erweitert, um gewisse technische Elemente, die Sie aber für die Planung auch brauchen. Sowas wie eine Excel-Schnittstelle oder die GitLab-Schnittstelle müssen Sie bauen. Da muss jemand beauftragt werden dafür. Also insofern ist das jetzt sozusagen das, was der Kruchten so als logische Sicht bezeichnet hat, wo die Fachkomponenten drin vorkommen, wie Partnervertrag und so weiter, aber auch ein paar technische Komponenten. Und auch hier von dem Ding ist das Ziel, so den Bau des Systems planen zu können und auch hier noch Risiken besser einschätzen zu können. Und auch vielleicht eine Grundlage zu haben für die Kostenschätzung, denn dann jede dieser Komponenten können Sie oder jedes dieser Subsysteme können Sie einen Preis dran schreiben und überlegen, wie teuer könnte das Ding sein. So, nächste Sicht, die ich sehr spannend finde, ist die T-Sicht. Also das heißt, gerade haben wir sozusagen so umfachliche Säulen der Anwendung Gedanken gemacht und jetzt schneiden wir die Säulen in Scheiben. Das heißt, jetzt überlegen wir uns, wenn wir so eine Säule rauspicken, wie ist die in sich strukturiert? Welche Schichten hat die drin? Also im Sinne von Datenmark-Zugriffsschicht, Service-Schicht, Netzwerk-Zugriffsschicht und so weiter. Und da gab es in dem Quasar-Modell, also diese T-Architektur, die häufige Darstellung von dem Ding, wenn Sie andere Autoren anschauen, ist auch so ein Sequenzdiagramm. Ich finde jetzt aber diese informelle Sicht eigentlich viel schöner und man sieht daran vielleicht ein bisschen besser, wie so ein Request verarbeitet wird. Ziel von der Darstellung ist, dass Sie rausfinden, ich drücke jetzt hier oben in der Anwendung einen Knopf und dann läuft der Request irgendwie durch. Und hier könnte man jetzt sagen, na gut, irgendwann gibt es hier so ein Proxy, der dann aufgerufen wird, wenn ein Knopf gedrückt wurde, der ruft ein Restinterface auf. Der Restinterface-Aufruf landet bei einem Controller, der kommuniziert über einen Partner-DTO. Der Controller ruft dann einen Service auf und der Service ruft dann ein Repository auf. Das Repository arbeitet mit Entities und die Dinger werden hier mit der relationalen Datenbank synchronisiert. Das heißt, was Sie jetzt hier sehen, ist ja schon eine Interpretationshilfe für Ihren Source-Code. Also alles, jede Klasse, die Sie jetzt finden mit der Unterschrift Controller oder Service oder Repository, können Sie sofort in diese Schichtentrennung einordnen. Das heißt, wenn da jetzt ein Kunde-Repository oder ein Vertrags-Repository ist oder eine Vertrags-Entity, dann wissen Sie sofort, in welche Schicht das reingehört. Das heißt, Sie verstehen Ihren Source-Code besser und wenn Sie mal nachfolgen wollen, wie so ein Request verarbeitet wird, können Sie das natürlich an einem konkreten Beispiel viel besser machen, wenn Sie hier diese Lesehilfe haben. Also T-Architektur, wie gesagt, häufig auch als Sequenzdiagramm dargestellt. Aber wie gesagt, ich finde das informellig ein bisschen schöner. Wichtig ist noch die Verteilungssicht. Ich habe jetzt hier nochmal wieder ein Beispiel für die Verteilungssicht gebracht. Das heißt, wie verteilt sich Ihre Software auf Ausführungseinheiten, kann man sagen. Also und eine Ausführungseinheit kann jetzt sein, wird eine Maschine, Docker-Container, reale Hardware oder irgendwas anderes, wo Sie sozusagen eine Infrastruktur, wo Sie was anderes ausführen können. Hier als Beispiel, ich habe hier Docker-Images unterstellt, also hier einfach ein Alpin-Linux, da vielleicht OpenJDK als Docker-Container, hier vielleicht irgendwie so ein Postgres-SQL als Docker-Container und in dem Docker-Container läuft jetzt, oder in dem Docker-Image, wenn man das jetzt zusammenbauen würde, ist vielleicht ein Nginx drin. Und in dieses Nginx, darauf haben wir dann vielleicht den statischen Content von unserem Projekt-Vorschlag-System gepackt und ein SSL-Zertifikat. Und das wird ein Image und das können wir dann als Docker-Container deployen. Das könnte also sozusagen eine Deployment-Einheit sein. Und Sie sehen hier anhand der Grafik, was ungefähr in welchem Image drin ist oder zur Laufzeit, was ungefähr in welchem Container läuft. Zweites Beispiel, Sie haben hier irgendwie so ein Ding, in dem Spring Boot ausgeführt wird. Also das heißt, das ist irgendwie so eine Art Fat-Jar, wo Sie hier Spring Boot-Zeug reingetan haben. Da drin läuft ein JPR und ein Spring Security und so weiter. Also Sie sehen so die Spring-Komponenten, die drin sind. Und auch da drin ist unser Projekt-Vorschlag-System deployed. Das heißt, Sie sehen, welcher Teil von dem Projekt-Vorschlag-System in welcher Infrastruktur-Komponente läuft. Und natürlich haben Sie dann auch die Verbindung zu Ihrem Bildsystem. Denn genau diesen Knubbel hier muss ich ja dann als Ergebnis von irgendeinem Bildstrang in meinem Bildsystem bauen. Also das heißt, Sie sehen, wie verteilt sich Ihre Software auf einer gegebenen Hardware. Man kann das natürlich auch mit UML darstellen. Hier nur der Vollständigkeit halber, nur kurz als Erklärung. Das heißt, alles, was ich hier sozusagen... Ich hatte ja so eine Matroschka-Puppen-Darstellung. Ein Kasten, in dem es ein kleiner Kasten, in dem wieder ein kleiner Kasten ist. Das ist hier auch so. Sie haben hier so ein 3D-Message-Kasten für ein Device. Sehen Sie hier auch als Stereotyp. Also ich habe zum Beispiel so einen Bringdienst-Server. Das ist noch ein Beispiel aus meiner Promotion. Und in dem läuft ein Servlet-Container. Und in dem Servlet-Container unter dem... Also zusätzlich läuft da noch ein Application-Server. Und da deploye ich in den einen das UI.war und in den anderen das Core.ear. Und habe sozusagen dieselben Informationen drin, wie Sie gerade in der anderen Grafik gesehen haben. Jetzt nur regelkonform mit der UML 2.0 dargestellt. Also ist das für die spätere Dokumentation. Wenn das wichtig sein sollte, ist natürlich diese Darstellung, die Sie hier sehen, wichtiger. Was kann man jetzt noch machen? Die Implementierung sollen Sie darstellen. Warum macht man das? Naja, Sie müssen jetzt darstellen, wie Sie Ihre Software... Wie sich die zusammenbündelt in deploybare Komponenten. Und Ihre Software ist ja erstmal der Source-Code. Und was Ihnen jetzt nicht passieren sollte, ist, dass der Source-Code auf Ihrer Festplatte und Ihrem Bildsystem von dem, was Sie Architektur nennen, so weit auseinander sich entwickelt. Also dass es plötzlich eine Lücke gibt zwischen dem, was Sie glauben, was die Architektur ist, in den Kästen- und Pfeilendiagrammen und was realerweise sich in Ihrem IntelliJ befindet. Also muss man irgendwo hinschreiben und entforcen, was ist die Abbildung von Ihren Software-Komponenten, die Sie gefunden haben, auf realen Source-Code, also Ihre Java-Klassen oder Java-Module oder was auch immer Sie da verwendet haben. Also das heißt, da brauchen Sie eine Darstellung und die sollte natürlich möglichst nah am Code oder im Code stehen. Also da gibt es ganz tolle Ansätze von Simon Brown, Structurizer beispielsweise, also wo Sie wirklich diesen Code-Gap zwischen Architektur und Code in den Griff kriegen. Also was mache ich? Ich will sowas wie meine logischen Komponenten auf Source-Code abbilden. Das heißt, ich muss da eine Komponente auf sowas wie ein Package, ein Namespace oder ein Verzeihnis auf meine Festplatte abbilden. Also all die Strukturierungsmittel, die Sie halt in JavaScript, Java oder C-Sharp zur Verfügung haben. Und wie gesagt, ich muss dann sagen, welche Teile von denen bilde ich am Stück. Also was steht in meiner Gradle, Maven oder GALB-Datei drin? Also was wird gebündelt und gemeinsam übersetzt und gemeinsam qualitätsgesichert? Was ist so von diesem ganzen Codhaufen an Einheit des Deployments? Also wie sieht da die Abbildung aus? Denn wenn Sie das sozusagen darstellen können, denn die Sachen, die Sie deployen, sind ja dann wahrscheinlich auch die Software-Komponenten oder die logischen Komponenten, die Sie in anderen Sichten dargestellt haben. Also deswegen brauchen wir da genau diese Bündelung. Das heißt, in dieser Software-Implementierungssicht brauchen Sie auch eine Darstellung, was vom Bildsystem einheitlich übersetzt wird. So, und hier mal als Beispiel, das heißt, in Ihrer technischen Sicht könnte so eine Kundenverwaltungskomponente drin vorkommen mit Kundensuchen Interface. Und das hier ist jetzt sozusagen ein bisschen die Implementierungssicht, die ich hier gerade mit der Maus umfahre. Da habe ich hier sowas wie die e-tom-brink-Anwendungskern. Könnte jetzt sozusagen eine Teilkomponente vom Anwendungskern sein. Und das, was ich hier so als Knubbel habe, das ist hier vielleicht die Transportstruktur kurz und lang und vielleicht ein Interface und vielleicht eine Implementierung dazu. Und das ist jetzt eine Lesehilfe für die Package-Struktur auf meiner Festplatte, wenn es in Java implementiert ist. Also wie gesagt, ich wiederhole nochmal Implementierungsarchitektur als Mapping auch. Das muss dargestellt sein, wie bildet sich eine logische Komponente aus den anderen Architekturen oder eine Einheit des Deployments aus der Verteilungsarchitektur hier auf ihre Java-Klassen, C-Sharp-Klassen oder JavaScript-Prototypen ab. Das wäre die Implementierungsarchitektur. So, das waren so die wesentlichen Architektursichten, die wir in unseren Projekten brauchen. Soweit ich das weiß, sowas wie eine Laufzeitsicht mit Threads und so weiter kommt jetzt nicht vor, weil wir die bisher nicht so gebraucht haben. Wir wollen ja keine Kernkraftwerkssteuerung. Wir würden uns jetzt im nächsten Schritt nochmal anschauen, im nächsten Video, wie bewerte ich die tollen Dinge, die ich mir da ausgedacht habe. Kästen und Pfeile sind ja nicht ausführbar auf einer virtuellen Maschine. Wie komme ich trotzdem zu einer Qualitätsaussage? Das im nächsten Video.